Du bist so ein Spasti! Du bist so ein Spasti! Jo! Freunde, was geht das? Willkommen mal wieder zu einem neuen Fortnite-Video zusammen mit dem TobiX19! Hallo! Und ja, wir starten mal in Lazy Links die Runde. Ganz geblieben und gechillt. Bruder muss los. Äh, ne. Ich hab generell noch keine Waffe. Fuck, und hier ist wer. Ein Pumpkin. Aber Hauptsache, da hinten war keine Waffe drin. Wtf. Hier ist natürlich ne... Wie soll ich den ohne Pumpkin? Kannst mal herfam gehen. Wo ist denn der? Oh mein Gott! Dahinten ist noch einer. Hilfe! Oh mein Gott! Oh Alter! Danke, dass man wieder keinen Schuss connectet. Ich liebe es. Hä? What the fuck? Es hat halt absolut keinen Sinn gemacht, wie viel der geschluckt hat. Hallo! Ey, ich hab immer noch keine Waffe, Jungs. Was ist denn das? So. Ich muss grad noch ganz kurz was machen. Bin jetzt aber da. Ja, danke. Oh, endlich hab ich ne Scheißwaffe, Alter. Weil ich musste gerade äh... Also lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Ah, ha! Ah, das ist klar. Wer schießen hier? Oh, löh, hä? Ich habe ihn. Ja, moin. Ich habe ihm nur 18er gegeben. Ja, der war irgendwie richtig easy weggeklatscht, Junge. Der war richtig lustiger. Hä, was mache ich hier? Ach du Kacke. Oh, das war dumm. Ja, moin. Alter, fällig. Gib mir mal Ent-Affel. Aber ich weiß nicht mehr was. Ich muss mir das nochmal durchlesen. Was ist das denn? Was denn? Du bist so ein Spasti. Du bist so ein Spasti. Ey, du bist so ein Spasti. Mann, Alter. Ich komme, ich komme. Achtung, Spieler. Spieler in der Nähe. Was hast du bei ihm gemacht? Ey, das sind meine. Ich sehe einen, ich sehe einen. Der hat Schild. Danke für die AK, by the way. Ich glaube... Leben genommen, Alter. Gib mir die mal wieder. Ne, Junge. Meine AK. Wo ist denn der? Der ist hinter Baum, der ist hinter Baum. Alter, fuck. Der ist fast da und der ist fast da und der hat kein Leben mehr. Yo, hier ist er noch in. Einer knocked. Ah, er ist One-Shot, er ist One-Shot. Ja, bei mir ist nur irgendeine Arte. Richtung, Richtung 30. Richtung 30, pass auf, No-Skin. Ich habe keine Farben. Er kommt, er kommt, er kommt. Der ist One-Shot, der ist One-Shot. Mann, ich sage euch, ich habe keine Farben. Pass auf, unter dir. Das ist zum Thema One-Shot. Hab ihn. Hey, der war One-Shot bei mir. Ich habe dem fünfmal oder sowas gegeben. Ich chill hier einfach in meiner Base. Ah! Ich will gar nicht wissen, was du da hinten machst. Ja, ich bin tot. Wenn, versaut, der zerschießt unten alles, glaube ich. Ja, wow. Du hast einen Jump-Pad gehabt, wir gehen mit dem Jump-Pad runter. Ah! Was? Oh, er kassiert halt übel voll schon. Er steht da erst mal drei Trilliarden Jahre und versucht erst mal da irgendwas hinzubauen. Und der Gegner von oben, ja, geil. Freakill. Mirika, cool. Kannst du mal vorbeikommen, ja? Ja, April wird schwierig. Tanzen, tanzen, wuh! April haben wir... Will ich gaming? Haben wir... Tanzen, ja, nochmal. Haben wir April schon Osterferien? Wenn ihr mal einen Custom-Server habt, müssen wir unbedingt mal Neon-Sarc machen. Du bist so ein Spasti. Du bist so ein Spasti, weißt du das? Ey, wieso? Ja, komm mal, ja. Gib mir die Scheiße wieder. Ey, was macht ihr, was macht ihr hier? Der hat mir einfach meine Pump geklaut, der Spasti. Oh my God, ey. Leute, das wird das dümmste Video, was wir jemals... Lula. Lass dich jetzt selber damit facken. Kappa, Topax, willst du mich verarschen? Ich wollte gerade die, äh, die Dings da, die Rampe hochlaufen und dann drehst du die einfach. Das war Neon. Was? Ja, natürlich war... Nein, das war Torex, Mann.